Ah, weg damit. Tag him. Klau mir nicht mal die ganzen Bären, du scheiß Viech, ey. Ähm, was war denn dann? Alter. Ich brauch zwei Holz, oder was? Hab ich nicht. Oh, wir teilen Holz dann. Achja, wegen kochen. Stimmt ja. Ja gut, nicht ganz wegen kochen, sondern einfach nur, weil's deiner Nähe ist. Feuer stellen. Ja. Ich bin in der Feuerstelle. Richtig. Ich brauch zwei Holz, dann kann ich mir eben so eine Feuerstelle machen, dann kann ich mir aber wenigstens ein paar Bären herstellen. Gib mir mal bitte zwei Holz. Dankeschön. So, bestimmt werden reichen. Ähm. Editor Fuel. Dann da rein tun. Kommen wir da rein. Dann machen wir mal zehn Stück. Ja. Ja doch, Bären bringen eigentlich relativ viel bei mir. Cool. Ja. Und ich finde es eigentlich viel. Dann wollen wir eher das Fleisch. Ja. Jetzt hab ich wenigstens volles Essen. Mal ernten. Da auch noch. Ups. Solltest du nicht essen, du Arsch. Solltest du pflanzen. Alter. Ja. Dann hab ich die schwere Rüstung an. Ja. Alter Abigail verpisst dich doch, ganz ehrlich, wenn du mich blockierst, ne? Hab ich grad gehauen. Ja. Ich weiß nicht, wie ich sonst attacken kann immer. Ohhhh. Ja, du willst... Der Monster ist vor dir am Laufen und Abigail klatscht ihn dann noch davor nochmal. Okay. Ist ein bisschen nervig. Aber wenig Leben verloren. Von 130 hatte ich 117. Also die Marble Rüstung ist schon ganz geil, wenn man sie herstellt. Du darfst halt nur nicht anbehalten. Die ist richtig schwer, wenn du laufen willst. Solltest du sie vielleicht auch machen. Oh. Nö. Warte mal, da hinten hat so Feuer gebrannt. Das heißt, vielleicht könnten auch die Spinnen tot sein. Mal schauen. Dip dip dip. Dip 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 dip. Was kriegt man da für Essen raus? Was hast du denn gemacht? Ach. Peder und so gekocht. Fettkorb. Na. Ja, du kannst eh alles fressen, ne. Aber hat nichts gebracht. Oder? Da sind die Bullen. Das bringt überhaupt nichts. Nee, Geld. Nicht heilig. Hört ja auf herum zu grunzen, ihr Buffaloes. Ich würde die eigentlich gerne töten für Fleisch und für das Fell. Mach doch. Weil da weißt du die anstürmen. Ja, ich weiß. Und nicht bei der Masse. Und selbst EpiGel hält kaum was aus. Stell dich nicht so an. Dafür brauche ich die Bienenminen. Schaffst du schon. Da sind vier Bienenminen in der Reihe, alle tot. Schaffst du schon. Ne, EpiGel, komm. Greif die nicht an. Sondern das kleine. Das wird richtig aggro. Sammeln doch die scheiß Beeren an hier. Einmal. Wie viele Cooker haben wir denn schon wieder? Fünf Kaka. Oh, hier ist jemand gestorben. Der hatte Strings mit. Die nehmen wir auch mal mit. Aber gar nicht mal so schlecht, dass die Map eigentlich fast wieder weg war. Da kann man so ein bisschen neu erkunden. Ja, wenn da was Neues kommt, ne? Ja, gut. Und ich wusste auch sowieso nicht mehr, wo alles war. Dann ist doch gut, dass wir jetzt... wieder so ein bisschen... Das weiß ich ja. Ja, ich hab's ein Gedächtnis. Das ist total geil. Rechn ist wie ein Stück Scheiße. Weil ich wollte ja... an die Spinnen wegen der super Heilsalbe wieder. Yay. Ja, man weiß ja nie, was wieder bei uns passiert. Ah, hier unten ist ein super Netz. Komm. Wie immer. Schlimm ist mir. Oh mein Gott. Warum sind da so viele Spinnen? Abigail, tu was. Weil die Spinnen auf die stehen. Abigail, nicht sterben. Ich helf dir. Und wir bringen Cent das Monsterfleisch mit. Yay. Komm schon, Abigail. Er ist im Hinteren. Er ist im Hinteren. Meiner hat immer ganz schön viel Hunger. Das Problem. So, schnell wieder Rüstung ausziehen. Ruffy ist ein ganz schöner Fresssack. Ja. So, und schnell das Spinnennetz zerstören hier. Das war ein Küchengemode. So. Klick, 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 klick. So. Jawoll. Okay, ich kann ein Fischernetz herstellen. Nice. Zerschwindet schon mal die erste Fläche für die Spinnen. Weiter geht's. So. 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 Beih Korünst. So. So. Schau ab. So. Ich hab das jetzt auch gesehen Ich müsste eigentlich den Mosk Sometimes im SobhO Vielleicht im Seminar Und ich muss ne Marblesuit bauen Ich hab nur noch 52% auf meiner Rüstung Yay Aber dafür hab ich nur 10 Leben verloren bei sechs Spinnen Das ist total geil Jetzt kommt, pass auf wenn du in Centos nächstes Video guck da kommt so ein Face mit mir Nicht so behindert wie du Forever alone Nein, es wird dunkel Abigail, wo bist du? Komm Hier, mal die letzten Dinger fressen Das ist total behindert, ey Ja, das bist du wirklich, stimmt Ah, das Spinnetz ist verbrannt, okay Was ist los? Du hast das Spinnetz doch nicht verbrennen, du Assi Ist leider nicht War nicht durch mich War jemand anders hier Sagen sie alle So, und wieder paar Bären kochen Du Spinner Du bist ein Spinner Hallo Die Assis folgen, wie immer Äh, du bist ein Assi Nobar Assi Komm, koch mehr Bären die ganze Nacht Ich brauch Bären Da hinten Zwei Hallsalben kann ich machen Neumal Monsterfleisch Ach du bist verändert Tag 23, die Hunde müssten eigentlich so langsam kommen Die kommen, Moment Wann hatten wir den erstmal? Glaub ich am 13. Tag Da müssten die Oh, ein Living Baum, Alter Ich will den töten Ja? Ja, hab ich eine Axt mit Komm, ey Stirb, Armer Baum, stirb Warte mal, ähm Settings Oh, Armer Baum, ich brauch noch eine neue Axt Tut mir leid Stirb, Armer Baum Stirb Ah, die Geräusche bitte hersetzen Hab ich jetzt eine Schaufel hab ich auch nicht mit Toll Kann ich sogar Gott sei Dank machen Dann höre ich die in Hunde, ja Aber beim letzten Mal haben wir die gut geschlachtet, ne? Äh, ja, das geht auch Ähm, also wenn du konzentriert darauf los gehst, dann ist das optimal Darfst nicht so, äh, äh, hunde, 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 sondern musst da wirklich draufschlagen Ja, das Problem ist nur, wenn man auseinander ist Ja gut, das darfst du nicht, außer einer läuft und, äh, hält die einfach nur weg Ne, ich meine, so wie jetzt Mhm Das sind so weit auseinander Boah, Alter, hier sind viele Spinnnetze, hier würde ich einfach nur ein Feuer reinhalten Ich glaub, das mach ich auch, ich hab sogar noch eine Oh mein Gott, Abigail verpisst dich, Alter, die stirbt da Boah, ich muss da rein Hier ist ja noch ein Lagerfeuer Hier war ich ja ein Stein farm, stimmt ja Stirbt alle Alter, hier sind acht Spinnen mindestens Vier sind tot Okay Abigail kümmert sich um den Rest Fünf sind tot Okay Sechs sind tot Sieben sind tot Acht ist tot Zehn ist tot Twanzig ist tot Neun ist tot Hundert ist tot Komm schon, Nummer zehn ist tot Ja, nee, Bildschirm, du gießt jetzt nicht aus Alter, zwölfe Monsterfleisch und vierzehn von den Spinnnetzen Spinnnetzen Du weißt, du bist behindert Scheiße Die sind mit Riten eingeschlagen Liegt hier Stein und so rum Alter, ne riesen Mutterspinne Ja Alter, Abigail stirbt Drei riesen Mutterspinnen Wird abhauen Wann wird denn das eigentlich nochmal kalt? Weiß ich nicht, brennt aber grad nur alles an dahinten Hahahaha, ich brennt alles an Iiiihihi Jetzt leckt es Du Fackelkopf Aber eigentlich müsste das auch so langsam auch kalt werden, ne? Ja So, jetzt brennt's an Burned, Motherfucker! Burned! Aua Dann ich mich Ja, ich hab den Winter nicht so wirklich Bock Tschüss Okay Ey, die Mutterspinnen sind nicht gestorben Alter, die scheißen immer neue Spinnen aus! Aha Was ist da passiert? Würd ich mal so sagen